Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Shadow Tactics. Weiter geht's. Genau, der kümmert sich jetzt ums Feuer, das ist gut. Okay, aber die ist schon mal weg. Zwei Augen weniger, die was sehen könnten. Als nächstes werden wir ihn ausschalten, indem wir jetzt gleich, wenn die Patrouille weg ist, das Licht ausschalten. Wir müssen einfach sein, so verstecken. Oder je nachdem, wer es als nächstes bemerkt. Kanzashi. Das Licht sollte sein, wenn es noch nie ist. Es wird nur ein Moment dauern. Ich werde schnell gehen. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Es wird nur ein Moment dauern. Wir müssen uns... Mann, 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 ey. Macht doch ein nach dem anderen, echt. Ich habe leider auch ein bisschen lahmarschig mit seiner Umlauferei da. Nur deswegen hat er das gerade gesehen, dass der natürlich genau in dem Moment mit seiner Scheißwäsche da fertig wird. Da kommt er wieder angelatscht. Gut, hau ab. Können wir nämlich da die Leiche dann verstecken. Ja. 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 Lass uns nicht delayen. So, der nächste, der kommt, der die Kerze anzünden will oder was auch immer das ist. Leuchter. Erledigen wir auch noch. Je mehr Augen wir loswerden, desto besser. Oh, das könnte hier Patrouille werden, die er sich dann hat. Ja, die erledigen wir natürlich nicht, ist klar. Ah. Was? Die Lichtmache. Ja, jetzt können wir natürlich Mugen gebrauchen, der die alle mal eben platt macht. Oh. 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 Kanzashi. Es wird nur einen Moment dauern. Oh. I will move quickly. And Eddie can't landing. With speed. They'll pay. Ja, mach an. Laber nicht rum. Wer ist das? Der Flamme stirbt. Hilf mich! Okay, vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr konzentrieren auf die ganze Sache hier. Mein Gott. Ich will schnell, mit Haste. Eine erogante Laufung. Es wird nur einen Moment nehmen. Mit Speed. Lass das Licht aus. Lass das Licht aus. Auf meinen Weg. Klar. Das Licht wieder anzumachen, ist gerade so eine schlechte Idee. Es kommt gleich wieder die Patrouille vorbei. Das Licht ist ausgegangen. Das geht weiter. Das ist nicht der Weg. Okay. So, wen haben wir denn jetzt noch da? Dem Wächter, der, der die Wäsche wäscht. Die hier hinten die Wäsche wäscht. Wie weit kannst du denn gucken? Ich glaube, wir werden als nächstes die Frau hier erledigen. Es wird nur einen Moment nehmen. Aber hier im dunkelgrünen Bereich. Das klappt ganz gut, wenn der sich jetzt nicht in den falschen Moment umdreht. Wie weit guckst du? Du siehst die, glaube ich, gar nicht da hinten, oder? Und du bist ja gleich wieder weg. So, jetzt ist der Moment gekommen. Steht noch einer auf dem Balkon. Ich werde bekloppt, ey. Kein Zeit, um zu verlieren. Ich werde schnell gehen. Auf meinem Weg. Kein Zeit, um zu verlieren. Es wird nur einen Moment nehmen. Alles nicht sonderlich elegant. Aber hier ist ja jetzt alles nichts. Was? Warum hat der das denn jetzt? Oh, jei, 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 jei. Erledigen wir ihn halt hier. Da sollte er ja wohl nicht gesehen werden. Dankeschön. Ein Typ auf dem Balkon. Wie können wir den erledigen als nächstes? Müssen wir hier unten in die Tür rein. Erstmal speichern. Auf meinem Weg. Mit Speed. Mit Speed. Da ist doch jemand, der die ganze Zeit rein- und rausrinnt aus diesem Gebäude. Oder? Okay. Okay. Den können wir da liegen lassen. Den sollte ja da oben niemand sehen. Jetzt könnte ich natürlich den Weg zurückgehen, beziehungsweise mit Mugen. Ich werde ihn für das. Ich werde ihn für das. Ich werde ihn für das. Nein. Speichern. Okay. Okay. Aber trotzdem noch irgendwo eine zweite Person, die hier mit dem immer labert. Wo ist die? Du guckst da nicht hin zu dem und du kümmerst dich um deine Wäsche. Du sollst nur mit dem Wächter hier aufpassen. Wir können Aiko direkt ihn hier ausschalten. Kanzashi. Auf meinen Weg. So, jetzt sind wir ganz nah dran an der Verkleidung. Naja, das solltest du eigentlich gar nicht sehen. Kennst du Haarnadel? Kennst du? Kennst du? Ja, kennst du. Auch direkt weg die Leiche. Speichern. So, der guckt da gar nicht hin. Dann erledigen wir doch mit Leichtigkeit. Verstecken zurchtlich trotzdem. Nur für den Fall der Fälle, dass da irgendjemand rumlatscht. Naja, da ist auch noch ein Zivilist. Können wir, glaube ich, als erst einmal ignorieren. So, schnapp dir die Verkleidung. Das wird alles gut machen. Das ist alles, was ich brauche. Es wird weitergehen. Mhm. Du hast seit letztem geblieben, Hayato-san. Das Beste, was ich kann tun. Keine Idee, wie du so calm sein kannst. Wie nichts passiert. Ich war geblieben, meine Emotionen zu beobachten. Ich bin sehr junger Jahre. Ich bin sorry, wenn es dich tut. Jetzt bin ich. Okay. Ja, Hayato ist ein bisschen außer Spur, aber das kann man ja wohl nachvollziehen. So, Teil 2 unseres Plans heißt es jetzt, die Samurais zu belauschen. Ich habe das in dem Hof hier hinten schon probiert. Habe versucht, die beiden hier auf dem Balkon gleichzeitig auszuschalten. Teil läuft noch in der Wache rum. Aber irgendwie, irgendjemand sieht das immer. Egal, was man da macht. Zum Beispiel der hier unten, der sieht dann die beiden auf dem Balkon. Also, kann man versuchen, ist ja nicht auch machbar. Gehe ich mal von aus. Aber wir werden eher die beiden hier hinten belauschen. Wo sind sie denn? Hier. Dafür müssen wir... Wo ist er denn? Lass uns schnell sprechen. Kommst du hier rüber? Nein, aber du kommst da rüber. Sie suchen die Körner. Komplett hier rumbewegen können wir uns, glaube ich, gar nicht. Das machen wir anders. Warum nicht hier? Bitte. Es ist nicht künstlerisch. Ich habe Geld. Es ist nicht sicher. Es ist außerhalb. Bin ich nicht gut genug? Keine Zeit, um es zu verlieren. Mit Haste. Schaffen wir aber nicht. Wir sind jetzt hier rübergegangen. kommen dann auch nicht in den Bereich, wo wir dann hier hätten rüberkommen können, um hier weiterzumachen. Heißt, wir müssen jetzt einmal rumgehen. Und dann, glaube ich, hier hinten hoch. Über die Leiter. Über die Leiter. Und dann können wir hier rüber. Da rüber. Und dann sind wir in der Lage, zu belauschen. Bisschen kompliziert, aber okay. Oh, da wird sie gesehen. Das ist nicht gut. Vergessen, vergessen. Oh, jetzt kommen wir. Wenigstens in Ruhe bewegen. Naja, solange keine Samurais in den Weg kommen. Denn hier unten steht ein Samurai, der wird uns direkt erkennen. Hier steht ein Samurai, also die direkten Wege sind alle versperrt. Aber das macht ja nichts. Ich will schnell gehen. Der Hanamachi. Bitte. Das bringt Erinnerungen zurück. Hä. Ich habe Geld. Dann, spreche mit der Frau des Haus. Bin ich nicht gut genug? Mal gucken, dass der weg guckt. Ja, gehen an den beiden Männern vorbei. Hm, siehst du das, wenn ich da hochkletter? Ich speichere das Feuer mal ab, warte dann, ob, dass diese Patrouille wieder weg ist und dass der natürlich nicht in unsere Richtung guckt. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Warum nicht hier rüber? Dann über den hier. Komplett über den Marktplatz rüber. Oh je, oh je. Hoffentlich geht das gut. Ja, ja, so gefällt mir so gar nicht. Und dann da rüber. So, und dann lautet nämlich mein unglaublicher Masterplan. Das ist aber auch wieder eine Timingfrage. Hier runter gehen. Mich verkleiden. Damit wir uns gleich durch den Innenhof bewegen können. Dann werdet ihr gleich sehen, dass die Samurais weiterkommen. Und die werden wir dann verfolgen. Also praktisch die ganze Zeit hinter denen laufen, bis wir genau wissen, was sie zu erzählen haben. Das dauert jetzt leider noch einen Moment, weil sie hier hinten noch rumrennen und sich da umgucken. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wie ich finde, doch um einiges einfacher als zu versuchen, sich da durch den anderen Innenhof durchzuschlagen, was die Samurais angeht. Wie gesagt, das ist auch möglich. Das hätte ich sicherlich auch irgendwann mal ausprobieren. Aber da habe ich schon eine ganze Zeit dran gesessen und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Einfach nicht hinbekommen. Sneef, Sneef. Was hier hat der Hafen, das Anwesen. Ja, ja, das wissen wir schon. Überhitze das Badewasser. Kleiner Spoiler. Kommen wir nachher zu. Später. Und ich sehe gerade, dass die Zeit schon abgelaufen ist. Würde ich sagen, berauschen wir die Samurais in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dann. Bye, bye.